Von mir bekommt ihr für eure Wohnung 10 Punkte. Wir haben so viel Herzblut in diese Wohnung reingesteckt, das gönnen wir dir von Herzen. Finale zu gewinnen mit 28 Punkten, bin ich ehrlich, fühlt sich geil an. Wir haben tolle Menschen kennengelernt, wir haben diese Wohnung einrichten dürfen, wir haben uns in diese Wohnung verliebt, Augen für Raum immer mehr, es war einfach wunderschön.